Tag der Technik at School ist wirklich eine Pilotveranstaltung, ein Versuch. Kriegen wir das hin, das, was wir sonst an zentralen Veranstaltungen machen, mal in eine Schule reinzubringen und alle Schüler einer Schule gleichzeitig zu erreichen und für Technik zu begeistern. Die Highlights kann ich Ihnen gar nicht alle aufzählen. Wir haben das Fraunhofer Institut für zerstörungsfreie Prüfverfahren, die zeigen, mit welchen unterschiedlichen Methoden man verborgene Schäden entdecken kann. Wir haben die Energiewende da mit Solarenergie, Windenergie, aber auch mit Wasserstoff als Energieträger. Wir haben metallene Muskeln, also Formgedächtnislegierungen, mit denen man Antriebe machen kann. Wir als MINT-freundliche Schule wollen unseren Schülerinnen und Schülern besondere Angebote machen. Und sie haben es selbst gesehen heute, das war ein ganz besonderes Angebot mit ganz tollen Workshops, mit hervorragenden Vorträgen und mit einer Science Rally, die ganz viel Spaß gemacht hat. Es ist sehr interessant, die unterschiedlichen Stationen mit unterschiedlichen Aufgaben zu bewältigen, mit unterschiedlichen Techniken, da muss man auch manchmal nachdenken, wie man etwas erreicht. Das ist sehr cool hier. Ich weiß jetzt, wie wirklich eine Wasserstoffzelle aufgebaut ist und wie ich mit einer Wasserstoffzelle umgehen kann, um es in Strom umzuwandeln. Besonders gut hat mir die unterschiedlichen Roboterprogrammierungen gefallen und auch, dass man das Theoretische aus dem Unterricht praktisch anwenden konnte. Ich hinterfrage alles ganz gerne und mit technischen Sachen kann man halt auf diese Fragen ziemlich gut antworten. Ich finde es eigentlich sehr krass, dass so viele Professoren von der Uni kommen und dass sie das extra so ans BWG kommen, um uns das beizubringen. Und eigentlich auch sehr schön, weil die uns das, denke ich, sogar ein bisschen besser erklären können als unsere Lehrer, weil die sich mehr damit beschäftigen. Mir persönlich ist es ein ganz großes Anliegen, in die Schulen zu gehen und davon zu berichten, wie vielfältig Technik und Naturwissenschaft ist. Und tatsächlich habe ich in der Schule auch an solchen Veranstaltungen teilgenommen. Wir hatten damals in der Schule auch Tage der Technik, Berufsorientierungstage und ich habe damals zwei Wochen an der Uni verbracht. Ich bin total begeistert, der Tag der Technik at school, erster Versuch. Wenn gleich morgens die ersten Schüler fragen, machen wir das nächstes Jahr wieder. Ich glaube, dann ist schon das große Ziel erreicht. Ich habe viele begeisterte Gesichter gesehen. Wir werden mal sehen, in welcher Vielfalt, in welcher Häufigkeit wir das wiederholen können. Ich hoffe, dann geht es bereit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020